Seit jeher bewirken Gase wie Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid, Methan und Ozon einen Treibhauseffekt in der Erdatmosphäre. Kohlenstoffdioxid spielt dabei eine wesentliche Rolle. Doch durch Emissionen verändert der Mensch den Kohlenstoffdioxidanteil in der Atmosphäre und verstärkt damit die Erderwärmung. Das Kohlenstoffdioxid in der Luft ist Teil des globalen Kohlenstoffkreislaufs. Darunter versteht man den Austausch von kohlenstoffhaltigen Verbindungen in und zwischen den grossen Teilsystemen der Erde. Der Atmosphäre, der Hydrosphäre, der Biosphäre und der Litrosphäre. In allen vier Systemen sind ständig gewaltige Mengen an Kohlenstoff gespeichert. Und alle vier Systeme tauschen untereinander Kohlenstoff aus. Teils schnell, teils sehr langsam. Am schnellsten erfolgt der Austausch zwischen Atmosphäre und Geobiosphäre, also der Landvegetation und den Bodenorganismen. Die Landvegetation nimmt über die Photosynthese Jahr für Jahr große Mengen an Kohlenstoff aus der Atmosphäre auf und speichert diesen in Form von Stärke oder Zellulose. Doch global betrachtet gibt die Geobiosphäre auch fast die gleiche Menge an Kohlenstoff wieder an die Atmosphäre ab. Durch die Atmung und den Nährstoffkreislauf zwischen Pflanzen, Tieren und Bodenorganismen. Und durch Feuer. Ähnlich groß ist der Kohlenstoffaustausch der Atmosphäre mit der Hydrosphäre. Zu ihr gehören alle Wasservorkommen der Erde, wie Schnee und Eisflächen, Flüsse und Seen und die Ozeane. Aber auch atmosphärischer Wasserdampf und Wolken. Ist der CO2-Gehalt im Wasser höher als in der umgebenden Atmosphäre, dann gibt das Gewässer CO2 ab. Im umgekehrten Fall wird CO2 im Wasser gelöst. Doch innerhalb der Ozeane existiert ein weiterer bedeutender CO2-Kreislauf. Das von der Atmosphäre aufgenommene CO2 wird im Laufe von Jahrhunderten durch Meeresströmungen in die Tiefe transportiert. Gleichzeitig gelangt das vor Jahrhunderten aus der Atmosphäre aufgenommene CO2 wieder an die Oberfläche. Einen kleinen Teil des gelösten Kohlenstoffs baut Phytoplankton bei der Photosynthese in seine Schalen ein. Diese sinken nach dem Absterben des Planktons auf den Meeresgrund und bilden dort Calcium-Karbonat-Sedimente. Unter dem hohen Wasserdruck verfestigen sich diese im Laufe von Jahrmillionen zu Karbonatgestein und wandern so in das letzte Teilsystem. In die Lithosphäre, den äußeren Erdmantel. Hier sind die größten Mengen an Kohlenstoff gebunden. Er liegt bis zu Milliarden von Jahren als Calcium-Karbonat im Gestein gebunden vor, bevor er etwa bei Vulkanausbrüchen wieder in die anderen Systeme gelangt. Deshalb ist der Anteil der Lithosphäre am jährlichen globalen Kohlenstoffaustausch fast vernachlässigbar. Ja, eigentlich. Denn ein Teil des Lithosphären-Kohlenstoffs liegt nicht in Form von Karbonatgestein vor, sondern in Form von Erdgas, Kohle und Öl. Und hier kommt der Mensch ins Spiel. Er fördert diese fossilen Energieträger und verbrennt sie. Damit pumpt er den Kohlenstoff aus uralten Speichern wieder in die Atmosphäre. Die Folge? Ehemals festgebundener Kohlenstoff wird in grossen Mengen als Kohlenstoffdioxid freigesetzt. Damit bringt der Mensch den natürlichen Kreislauf aus dem Gleichgewicht. CO2 reichert sich immer stärker in der Atmosphäre an. Noch bremsen Ozeane und die Landvegetation diesen Anstieg, indem sie etwa die Hälfte des zusätzlichen Atmosphären-Kohlenstoffs binden. Das schwächt den Treibhauseffekt ab. Doch ob das so bleibt, ist keineswegs sicher. Viel hängt davon ab, welche Rückwirkungen der Klimawandel auf den Kohlenstoffkreislauf hat. Zum Beispiel führt die globale Erwärmung in niederschlagsreichen Gebieten einerseits zu mehr Pflanzenwachstum, also insgesamt zu einer erhöhten Kohlenstoffaufnahme. Andererseits bringt der Treibhauseffekt aber auch vermehrt Wetterextreme wie Dürren mit sich. Die Vegetation leidet und bildet weniger Biomasse. In diesem Fall wird weniger Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre gebunden. Noch sind derartige Rückkopplungseffekte nicht restlos verstanden. Doch schon jetzt ist klar, dass sie eine ganz entscheidende Rolle im Klimageschehen spielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017